Die Finalveranstaltung, der mit den jeweiligen Einzelfinals auf Tisch 6 das Mitspiel der RB-Klasse unter der Leitung von Ferdin Bachmann und Martin Herzog, den sich hier gegenüber Kaskal Schakoff vom 1. Lächeln in Sprach und Manfred Willmeyer-Gülm und der Spielvereinigung RB. Das Endspiel im Einzelnen der Herren-Zielklasse auf Tisch 3 und unter der Leitung von Gerhard Nord-Kobers und Graub einstehen sich gegenüber Christian Schupp vom CSU-DSU und Florian Willer vom FNU-96. Das Endspiel im Einzelnen der Herren-Zielklasse auf Tisch 7 und der Leitung von Ferdin Bachmann und Heinz Saarowort steht sich gegenüber Jan Heidrath von der SV Ölstaat und wir werden heute mit SV V8 und V8 und V8. Das Endspiel im Einzelnen der Herren-Zielklasse auf Tisch 2 und unter der Leitung von Martin Röckl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017